Köstlich essen, delikate Cocktails genießen und nette Leute treffen – es gibt viele Gründe für einen Besuch im Hemingways. Das Regensburger Innlokal befindet sich in einer alten Kapelle und wurde 2005 von Claudio Alexe übernommen. Der Inhaber bietet seinen Gästen bis 22 Uhr durchgehend warme Küche und morgens verschiedene Frühstücksvarianten, die allesamt nach Büchern von Ernest Hemingway benannt sind. Die Speisekarte enthält internationale Gerichte, unter denen die kreolische Reispfanne namens Jambalaya als Highlight gilt. Zusätzlich gibt es schmackhafte Burger und Salate sowie deutsche Küche mit leckeren Schnitzeln. Sämtliche Mahlzeiten werden frisch aus regionalen Produkten zubereitet. Außerhalb des Lokals lädt eine schattige Terrasse zum Verweilen ein und drinnen erwartet sie eine große Bar, gemütliche Sitzplätze und eine behindertengerechte Toilette. Hemingways – ein echtes Kneipenjuwel. 1 1 2 3 1 1 Bis zum nächsten Mal.